Ich bin Leonie Küng, ich bin von Beringer schon von Hause. Ich bin in der WT-Rangliste Top 500 und bin bei der ITF Junioren Top 40. Ich trainiere zu Hause in Beringer mit meinen Eltern. Meine Schwester trainiert viel mit mir und ich hitte eigentlich jeden Tag mit ihr. Und das mache ich jetzt auch schon seit, ich würde sagen seit etwa 5, 4 Jahren. Ich habe angefangen mit Tennis zu spielen durch einen Schnupperkurs im Kindergarten. Niemand in meiner Familie spielt Tennis und darum war es ein extremer Zufall. Und ich bin froh, dass der Zufall passiert ist. Schwierig zu stehen beim Übergang von den Junioren zum Profi ist, dass ich mit 14 Jahre schon erwachsene Turniere habe zu spielen. Das war extrem schwierig, also in diesem Alter halt. Aber jetzt, als ich schon 18 Jahre alt bin, ist es natürlich umso einfacher. Die Unterstützung von Swiss Tennis und Sporthilfe bedeutet sehr viel. Ich kann dadurch viel einfacher und ohne Sorgen um die Welt reisen. Und ja, habe einfach eine super Unterstützung auf dem Tennisplatz wie auch finanziell. Gute Eigenschaften, die ich auf dem Tennisplatz oder im Tennis gelernt habe, sind definitiv ich will, selbst lernen, selber motivieren können und einfach fair auf dem Platz sein und mit vielen verschiedenen Leuten umgehen können. Mein Ziel im Tennis ist sicher mal Nummer 1 zu werden. Das ist für jeden ein Ziel, ich glaube. Aber ich bin schon sehr zufrieden, wenn ich Top 100 oder Top 50 werde und einfach Lebenserfahrung sammle und probiere, gesund zu bleiben. Ich spiele auch noch nicht für die Herbbarung. Ich proposiere wirklich Chancen. Pf- Iyawebe-Soft. Aber ich türe, purs Seek mir viel Zeit, wenn ich auch mal dieseasti PH zum Ich empfie sich immer eine�節目. Wie sch drone Carn cloth ich nicht? Also, gGER vagy!